Ich bin selber zwei Landfahrer seit 45 Jahren. Auf der Strecke sterben jeden Samstag, jeden Samstag im Schnitt im Monat 1,5 Leute. Okay. Ich fahre meine BMW seit 36 Jahren. Ich weiß nicht mehr, wer es von der *** Fahrer war. Indiskutabel, wirklich indiskutabel. Sie riskieren ihr junges Leben. Unmöglich, gentlemen. Unmöglich. Verstehe ich, kein Problem. Ich war Lehrer 100 Jahre lang. Meine Schüler haben geschworen auf mich. Mir sieht man nicht an. Höchstens an den vier Töpfen, dass ich auch weiß, wo es lang geht. Aber so, wir, also mein Leben habe ich bis 71 Jahre jetzt gerettet. Mehr will ich nicht dazu sagen. Ist okay, Dankeschön. Tschau. Die RS-Fahrer, gell? Ich kann natürlich auch anders fahren, dass keiner vorbeigekommen wäre. Aber irgendwo weiß auch ich, wo meine Grenzen sind. Und die Schlappen sind auch nicht das Billigste. Ja, kein Problem. Was ist das für ein Alter? 100 Jahre lang war er Lehrer. Alles gut. 71 ist er.